Musik Hier befinden wir uns bei unserem Gebäude der Humanity Faculty. Hier sind unsere Kurse, sowie unsere Schnitträume und die verschiedenen Studios. Musik Musik Hier auf der rechten Seite sind unsere Schnitträume, die sind ja leider abgeschlossen. Oben haben wir auch noch welche und hier links ist unser Office, wo wir das ganze Technik-Refit mitbekommen, wie Kameras, Sound-Mixer, Doddies und ja. Also hier ist das kleinere Studio, wir haben 24-7 Zugang und wir kommen rein in unsere Kurse in Connecticut. Ja, läuft jetzt. Wie ihr seht, haben wir riesengroße Produktionen in einem ganzen Raum. Ja, Licht-Equipment, ja, und schneiden hier. Und wir hintergehen an viele verschiedene Entwicklungen. Ja, hier oben geht es zu unserem Produktionsraum. Kann man auch anders umgehen. Und hier ausgaben wir alle Produktionen überwachen. Ja, hier sind Kasumisch-Pulte und Ketträume für das Studio. Da kann man mit allen Monitoren alles kontrollieren. Auf der rechten Seite haben wir noch ein Tonstudio, wo wir ja verschwindliche Projekte alles aufnehmen können. Hintermäsig sind wir uns vom Lecture-Dieter-Hall. Hier haben wir unseren Kurs Reaktion zwischen Kultus. Und im Kurs lernen wir über Film-Hersicht und analysieren diese Woche verschiedene Filme aus anderen Jet-Bus. Hier sind unsere Sport-Facilities. Also im großen Gebäude ist unser Gym. Und drei riesen Sporthallen. Hier haben wir Fußball-Plätze und Rugby-Face. Hinter, wenn wir in dem Gym sind. Swimmingpool, Volleyball-Felder, Feldhocken, Aschenballen. Die Uni bietet wirklich alles. Das sind alle verschiedene Sportarten. Und von den Sport-Facilities. Ah, kämen wir auf. Was habe ich so während meines Semesters erlebt? Also ich bin mit Freunden nach Bali gefahren. Das war echt eine Art und Art und Art und Weise. Wir haben mal den Kurs zu essen geschafft. Wir haben tolle Sonnen auf dem Hintergrund gesehen. Echt eine tolle Kultur. Tolle Tempel. Und auch wirklich das Essen. Und dann eine weitere Woche. Wir sind für eine Woche lang in der Westküste einfach nur gefahren. Ein paar Mal Stränden und Camp. Und vielleicht ist die Kammerzeit. Die Kammerzeit. uns zu machen, bisschen zu machen. Und in der Mai, dieses On będzie bla毒. Und das ist wirklich nur das ganze Loch am Tons Videお願いします. Untertitelung des ZDF, 2020